Jeweils sitzt eine PDA an einem Platz und zieht einen Löffelstoff auf unter der Aufsicht einer Apothekerin. Und diese Apothekerin bringt dann diese Schalen mit den Chargenaufklebern für den Impfpass in den Kühlschrank, wo sie von der medizinischen Fachkraft abgeholt wird und zum Verimpfen appliziert wird. Daraufhin wurde sowohl vom ärztlichen Leiter als auch vom pharmazeutischen Leiter des Impfzentrums Kontakt zu den Eltern aufgeholt und mit denen ist der Sackverhalt dann intensiv besprochen worden. Eine weitere sofortige Überprüfung hat dann ergeben, dass ein weiteres Kind ebenfalls mit Moderna geimpft worden ist. Die drei betroffenen Kinder sind sieben, zehn und elf Jahre alt. Wurde auch ganz klar von der Leitung schon kontrolliert, ist auch nicht verantwortlich. Ja, also damit das auch für alle in der Form klar ist. Eine Frage habe ich noch. Wenn Sie von einem individuellen Fehler sprechen, stelle ich mir natürlich noch die Frage, herrscht zu dem Teil auch möglicherweise besonderer Andrang, besonderer Stress aus einer solchen Situation heraus? Sicherlich ist die allgemeine Lage, der Bericht, der sich täglich in den Medien bei allen, die aktuell in den Situationen täglich sind, angespannt und gestresst und verordnet. Nachouriimientos zu diesem Rahmen ganz klar vonxeinissen oder inbaren warteten Re Efendimiz dieser Zadin im Prinzip, von 10.000 Phr. das mit der Handels Element und die Nachfrage der Umm Shiva-Bereich akanprés module aus. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Ja ich wirklich! Vielen Dank! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020